Im Auto ging ich in den Berg und hatte eine Platte auf dem Berghof. Dann habe ich den Krieg geführt. So musste man den Rad wechseln. Dann hat man den Krieg gedrungen. Dann haben wir den Krieg sauber aufgedreht. Dann war es so verrückt, dass wir nicht mehr wegfahren konnten. Dann konnte ich sauber laufen. Den Krieg haben wir nicht mehr ausgebrochen. Wir mussten einen Kran holen, bis das Auto wieder nach Hause holen.